V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit Willkommen zu neuen Vögel von Minecraft-Varios und rauf geht's Auf geht's, komm Es ist nämlich TH und Sianni auf dem Server Okay, hochbauen Guten Tag Und wir wollen sie, ja stimmt, wir wollen sie nämlich Äh, was, ey hier ist noch Lappes Racken Lappes, ja nimm mit Ich hab ein, zwar einen Stack eigentlich, aber kannst du mitnehmen Lass uns feier hochbauen Also wir sind ja auf jeden Fall, unser Ziel ist auf jeden Fall Ich darf mich ja nur nicht bewegen Und zwar werden wir die erstmal suchen Aber wir haben auf jeden Fall, äh, unser, und, äh, hier Das Ziel dieser Folge ist jetzt nicht unbedingt die töten Mhm Die zu töten Das ist nur, falls wir es schaffen Falls wir es schaffen, die zu sehen Aber das ist jetzt nicht unser Ziel, dass wir jetzt die unbedingt Was machst du, was machst du, was machst du Kies Oh mein Gott Ah, bei mir auch Ich sehne nicht Nein, ich sehne nicht Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Nein, das stirbt doch nicht, bei ob, bei ob Oh mein Gott Das stirbt doch nicht, Alter Alter, doch ich bin fast gestorben, Alter Junge, erschreck mich nicht so Sorry Aber ich, meine Schaufelsrad kaputt gegangen, leider Warte, ich mach Fackel einfach drunter Ja, ja So, zack Hier ist noch Eisen, das nehmen wir mit Ich mach mal hier eine Fackel hin, damit wir sehen Ja, unser Ziel dieser Folge sind Äpfel Goldäpfel, ja Also Äpfel, halt für Goldäpfel Und dann in der nächsten Folge, äh, Nether, eventuell Ja Ich will das nur nicht sagen, weil sonst, äh, ne Äh, ja Wenn nämlich wieder Spektated Ja, wenn wieder Spektated So, ist hier oben noch Kies, sonst baue ich nicht weiter hoch Ich glaube, ich kann mich weiter hochbauen, das ist super Na nicht mit dem Kies Kies ist eigentlich ganz wichtig, wir müssen eigentlich ganz wie Kies mitnehmen, ne Ich baue mir hier ein wenig Kies ab Ja, mach das Mit der Fackel, mit dem Fackeltrick mache ich das Okay, ich bin in so einer kleinen Höhle Ich bin in so einer kleinen Höhle Ah, Iron noch ein bisschen Okay, dann, äh, fahren wir auf jeden Fall beide, ähm, Äpfel ganz dringend Ja Äpfel brauchen wir dringend Ähm, weiß nicht, wie ich mich hochbaue, ich mach immer seltsames Ähm, soll ich das schon sagen, weil wir haben nächste Folge, nämlich ein Fight Nächste Folge Ja, das stimmt Werden wir nämlich kämpfen Und wir wollen halt nicht, dass wir sterben sind Bist du schon oben? Was machst du Junge? Oh mein Gott, zwei Herzen Was hast du gemacht? Ich war im Lava, ich bin geschwommen Warum springst du in Lava? Was machst du mit deinem Leben, Alter? Oh mein Gott, ich bin fast gestorben Oh mein Gott Siehst du, wie siehst du meinen Namen, siehst du mich? Nein Bist du auf der Oberfläche? Oh mein Gott, ja, ich bin oben Siehst du mich? Oh mein Gott, siehst du meinen Namen? Nein Ich bin jetzt bei dir eigentlich Auch meine Spitzsack ist kaputt Ich muss mir da die Spitzsack abbauen Wir waren in so einem kleinen Berg auf jeden Fall Ist ja der Name, ich sehe den Namen, ich sehe den Namen Greenheit, das bist du doch, oder? Ja, das bist du Ja, ja, ja Ab morgen ist das Never Offen Infos gibt es auf die Discord später Nice Junge, ey, wenn ich jetzt so gestorben wäre, man Ich hatte gerade Herzinfarkt Okay, wir müssen die finden Ich mache schon mal die Bäume und so, ja? Junge, was passiert hier? Mach, mach, mach schon mal alles Auch Ofen und so Alles, mach schon mal Bei, bei Böken, äh, Bäume, äh, fallen auch Äpfel, oder? Ich baue mich gerade noch da in der Richtung, oder? Ja, baue dich hoch Ah, pass auf, du Nee, ich glaube, da ist nicht klar Ich baue so eine Treppe Ich komme sonst nicht anders hoch Das geht dann auch so lang Ja Hier ist Erde Ja, nice Ich muss es jetzt mal sagen Ich baue das mit der Hand Bitte, komm schon, ich muss doch, äh Ich sehe Gras, ich sehe Gras Hier muss, äh, yes, Oberfläche Wo bin ich? Okay, yo Siehst du mich, siehst du mich? Ja, ich sehe dich, äh, hinter dir, hinter dir, ne? Oh, hier sind die Hühner Lass die, lass die klatschen Ich habe, ach, mein Inventar ist so voll mit Müll Essen müssen wir ja auch farmen, ne? Mein Inventar ist so voll mit Müll, leider, es tut mir leid, Leute Äh, lass erst mal, lass erst mal, äh, Feuerzeug machen und dann, äh, killen Ich habe Feuerzeug gemacht, ich habe Feuerzeug gemacht Und dann, ja, ja Ich zünde die erst mal an, wenn ich es schaffe Ich will die Samen nicht, komm Ey, wenn er dieses Wasser neben dieses Laber nicht wäre, ich wäre tot jetzt, ne? Ich wäre einfach tot Ach, mein Inventar ist scheiße voll Was mache ich denn tun, was, was tue ich denn weg, du? Äh, wie viele Dias hast du denn? Ein Stack, ein Stack, Steine kann ich ja wegnehmen, ich freue mich Ein Stack Dias, Alter Ein Stack Dias, man kennt ihn Ja Aber da hinten bist du, hey, warte, wo sind wir eigentlich? Wir sind irgendwo im Nirgendwo, hier sind, äh, Tiere überall, die würde ich alle abschlachten Ich würde, äh, Inventar aber erstmal jetzt von mir freiräumen Anders sieht, braucht niemand, Alter, weg damit Okay, wir müssen andere Seite, hier sind Eichenbäume Hier kann man, ich muss es einfach killen Hier kann man perfekt, äh, hier kann man perfekt, äh, äh, Äpfel farmen Aber schlag mit dem Eisenschwert, ne? Wir dürfen das Diaschwert noch nicht benutzen Ja, ja Ich habe aber, äh, mein Brustis schon an, solche Anhand oder nicht? Mach dir, ja Ja, okay Mach dir, mach dir aber eine Axt Wo bist du, 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 ich bin am See Ich, ich bin, ich seh die Mitte, ich seh die Mitte, wo bist du, wo bist du Du bist in der Mitte? Ja, ich bin in der Richtung von Mitte Ähm, Warte Also ich seh sie zumindest Ich seh dich, ich seh dich Wo bist du, bist du im Wald Äh, ne, ich seh dich Ah, da hinten bist du Wie lange geht der Wischen auf? Ich hab's grad nicht im Kopf wir müssen daran vielleicht kommen dabei vielleicht sind der äpfel ja ich packen bei offen bin und lass das schon alles zu retten du holst hier goldäpfel du machst das ja wenn das holz doch mit junge ich habe keinen platz ja ich auch gerade nicht einen moment ich muss kurzen workbench machen okay macht ihn der axt und dann kannst du ne macht du macht du das ich packe erst mal ein paar öfen hin wir haben jetzt nur leider verdammt ihr wisst weißt du ungefähr ich muss mich gar nicht muss ich wieder versuchen zu konzentrieren du kann das nicht okay pack mal dein ganzes zeug da rein ich nehme mal das holz mit ja also keine äpfel sind bitte hast du hast die ganzen dias aber lieber nicht sagen oder weil die respektäter hier wir haben ja er kann es schon äpfel kannst du den ofen machen für essen bitte ja ja hast du denn roh ganz viel ja relativ aber wir wollten ihn eigentlich klatschen obwohl eigentlich nicht so eigentlich nicht so ich meine ich meine jetzt roh vielleicht habe ich jetzt nicht so wir müssen ja die blätter am besten auch ab damit die hier äpfel sporen er stimmt halt auch wieder also unser ziel ist heute zwei äpfel ja mindestens zwei damit wir ein gold ab wir haben genug für zwei äpfel also ein für jeden meinten ja ja okay sorry für den kleinen lag gerade es ist es ist das eiche hier müssen eigentlich äpfel sein natürlich müssen die äpfel sein die sind nur es worden ist nicht so hoch wenn wir keine äpfel finden dann doch mal kurz mitte gehen sicher was bringt das mitte das sind hier irgendwo in der nähe von der mitte einbauen auf jeden fall ja vielleicht für nächste folge am besten die ganzen setzten die sporen lassen damit andere kein holz bekommen hat die äpfel sind ja die äpfel sind ja die äpfel ja ja die sind pink äpfel die äpfel muss man aber auch schon gesehen haben hier ist ein workbench ne hast du die gemacht hier doch doch die habe ich gemacht junge aber warte hier nicht in der richtung nein nein hier habe ich nicht gemacht wo war der server lag das tut mir jetzt aber echt leid für ihn das tut weh ich weiß noch wasser hier können wir wasser einmal als ob da keine handy ist ja gestorben nein wir wollten den kill scheiße man das regt mich jetzt auf ich wollte den kill man wird auch nichts gegönnt hier ich weiß gar nicht was ich mache ich mache irgendeinen blödsinn bitte lass mich hoch ich hasse dieses dieses wasser in der alten version ich gebe dir das fehler ja ich gebe dir die fehler die fehler kommen hier gepäcker nice kann ich zu pläsen oder abbauen was meint er das ernst jetzt hast du das gold wer rausgenommen ja warum für level ist nicht so gut warum geht mal zwei stück ich gebe ja okay er hat auch keine äpfel haben wir brauchen schnell äpfel das ist unser ziel gewesen von der folge als ob wir keine äpfel finden wirklich liegt an dir ja vielleicht leckt das ja bei ihm oder so ja ja als schade braucht den goldeneppel man hat gar keine rüstung aber bei TV ging ist auch nicht und erst mitte aber wir müssen fünf minuten aufhören auch wie blöd wir haben nichts erreicht aber wir töten ihn nicht weil es ehrenlos weil er hat wirklich nichts und deswegen bin nachstarter ja irgendwie nicht so schlau gewesen wir müssen noch gucken ob wir ambos machen können ja aber ich bin spiel ich bin spiel darauf 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 hier ist ein spiel das ist mir egal er hat aber keine rüstung 1v1 er tut mir leid wir können nicht können wir nicht können habe nix ich gebe ich dir iron nein das brauchen wir also ein sollten wir lassen wollen lassen ich habe ihn ich habe ihn eingeladen dass er noch drinnen bleiben soll deswegen das ist ehrenlos dann wenn ich gebe dir eine chance auch mann was nicht aber was denn wenn wir getötet hätten okay hier ist das bohr wo gehst du lang kommen ja wir müssen sehen suchen wir haben nicht mehr ist egal das ist ein blog trotzdem können wir was das für ein blog prismarin warum kann ich ein paar nicht öffnen hier ist ein zombie mit rüstung ja was wollen wir machen was wollen wir machen ich glaube gerade ein bisschen rum und dann nicht so aber kein inventarplatz ich muss gucken was ich wegschmeiß ja du musst gucken was du wegschmeißen wird hier knochen brauchen wir nicht was kommen wir noch nicht ich sehe halt echt nicht was ich brauchen was nicht die folge haben wir gar nichts geschafft wir müssen halt wirklich nur doch wir haben einen wir haben ein goldapfel geschafft und alles aber wir haben sonst nichts geschafft das stimmt schon das ist jetzt blöd als ob wir noch drei minuten haben ja ja kommt zurück hier ist ein endermann bei mir lass uns lass die nacht noch machen oder ja los endermann ich hast du platz hast du platz ich gebe dir mal sachen ok ja komm mal her komm her ich gebe die sachen ich gebe die sachen ich habe überhaupt nicht mehr ich bin es bohren nein ich habe ja noch einmal hier ist endermann ok lassen wir das ist echt in ruhe naja er hat nichts ne das ist echt ehrenwurst und den können wir später killen den können wir später killen ja ich würde aber paar monster klatschen ich überlege gerade was weiß ich weg die paar birkenholzbräu jetzt nicht sind nicht viele schmeißen wir hier ein wenig stein weg soll ich den eisenbruchsharnisch wegschmeißen die oder solchen ihm gegeben ich kann die hauptsache habe ich jetzt eine apple wenn wir wenn wir jemanden besuchen dann können wir lass mal jetzt monster feiten vor allem spinnen wir brauchen federn ich mach mal ich mach mal ein paar feine beschützt mich ich mach mal kurz ich mach mal ein paar feine ja aber neben du das iron das iron jacka in einem jungs ist er weg verdammt ja jetzt noch ein opfer ja ja ich mache ich mache ich suche ich suche jetzt noch mehr und dann gibt mir diesen schule aber ich nicht schon mal kraften kann was passiert ich hoffe der hat nichts food willst du hast du schon gemacht zu einem nee ich mach gut da kann mich aber gerne angreifen also ich mach kurz so ein gold apfel nummer zwei kommt ja ich gebe dir denn ich klammer mal ein wenig an dem ich habe bloß noch ein spider spinne 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 ich bin ich habe an ich habe an aber mit eisenschwert mache ich als ob du noch eine minute haben creeper bei mir aber hilf mir mal hatte warte wie lange haben wir noch wie lange haben wir noch bei unserem ofen was mache ich noch ein opfel komm her komm her komm her ich habe angst ich habe angst hier sind 10.000 zombies bei mir alter sterben wie viele zombies das sind der creeper der creeper ich habe angst von den creeper jungen die sind op ok habe ich habe ihn habe ihn den t fallen wollen wir nicht machen das brauche ich nicht aber level die droppen richtig viele level gibt man ja hier haben noch 20 sekunden ich bin ich baue ofen ab und so komm krieg noch ein apfel vielleicht ich habe noch ein apfel bei du weißt du scheiße ich muss wegrennen ich muss wegrennen was mache ich das mache ich das mache ich wenn ich dann wir werden sterben wir werden sterben wir werden sterben wir werden sterben warum denn nein geht nicht mehr ok ich muss sagen diese folge war etwas chaotisch wir haben nicht das erreicht was wir erreichen wollten doch wir haben zwei äpfel das mindeste wir werden in der nächsten folge wahrscheinlich in never müssen wir xp fahren wir haben jetzt glaube ich genug eisen oder ich gucke ich guck mal nach wie viel eisen wir haben das reicht für den omboss und dann müssen wir gucken wie wir das mit dem zuckerraum machen wir müssen ja irgendwie zucker vermehren wir mal einfach noch überlegen wenn es euch gefallen dass keine positiven da und dann rein